Gesetzliche Rente vererben, geht das? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich hatte ja schon mal in einem Video zu diesem Thema grundsätzlich gesagt, dass man eine Altersrente, eine Erwerbsminderungsrente, eine Witwenrente, eine Witwerrente, eine Waisenrente, quasi also fast alle Arten der gesetzlichen Altersrente, kann man einfach nicht vererben. Ja, ich kann also nicht als laufender Altersrentner mit dem Testament festlegen, hier meine geliebte Tochter, du bekommst, wenn ich tot bin, meine Altersrente weitergezahlt. Das ist rechtlich nicht möglich. Wenn ich sterbe, endet der Altersrentenbezug. Das ist der Grundsatz §102 SGB VI, da steht es drin, Rentenzahlungen sind immer mit dem Tod des Berechtigten befristet. Klare Regelung. Aber ich hatte in diesem Video auch gesagt, dass es noch eine andere Fallkonstellation gibt, in dem man möglicherweise hier Geld aus Rentenleistung vererben kann. Dazu möchte ich Ihnen mal ein Beispiel zeigen. Und zwar dieses hier. Dieses Beispiel. Der Hugo ist verheiratet. Ehefrau lebt im Haushalt mit. Hugo ist seit dem 01.11.2023 Altersrentner. Das heißt, er bekommt eine Regelaltersrente. Und seit dem 01.06.2019 kämpft der Hugo um eine Rente wegen Erwerbsminderung. Denn Hugo ist ein schlaues Kerlchen. Hugo hat nämlich mitbekommen, seit 2019 sind Erwerbsminderungsrenten wegen der längeren Zurechnungszeit möglicherweise höher als eine vorgezogene Altersrente oder die Regelaltersrente. So, das hat er sich mal ausrechnen lassen und hat das auch dann tatsächlich schwarz auf weiß bestätigt bekommen. Hugo ist natürlich krank, ist klar, konnte nicht mehr arbeiten. Und Rentenversicherung hat seinen Anspruch abgelehnt. Dann ist er ins Gerichtsverfahren gegangen, wie das eben so ist. Und am 15.01.2024 bekommt Hugo mit einem Berufungsurteil des Landessozialgerichts Sachsen-Anhalt, das ist das Landessozialgericht, was für den Bereich Halle zum Beispiel zuständig ist, rückwirkend die EM-Rente zum 01.06.2019 zuerkannt. Dummerweise stirbt unser Hugo aber am 16.01.2024 völlig unerwartet. Ein Tag nach dem positiven Urteil. Vielleicht hat er sich da so sehr gefreut, dass er ein Herzinfarkt gestorben ist. Aber was auch immer, der Schlag hat ihn getroffen. Ich würde das mal ein bisschen auch, sagen wir mal, lustiger darstellen. Und die Rentennachzahlung für die EM-Rente beträgt für die Zeit vom 01.06.2019 bis zum 31.10.2023, also einen Tag vor dem Altersrentenbeginn, sage und schreibe 40.000 Euro. Ja, da haben die Krankenkassen und so weiter sich schon alle bedient und die Bundesagentur für Arbeit. Und Hugo bekommt trotzdem noch, hätte noch 40.000 Euro bekommen. Jetzt stellt sich natürlich folgende Frage. Wer bekommt denn jetzt die Nachzahlung der 40.000 Euro EM-Rente? Hugo hat nämlich ein Testament gemacht. Davon wusste seine Frau nichts und hat seine Frau in dem Testament enterbt. Jetzt stellt die Frau die Frage, bekommt sie trotzdem die Rente, die Nachzahlung ausgezahlt oder wie ist die Rechtslage? Meine Damen und Herren, und da schalten wir einfach mal ein bisschen auf die ganze Geschichte zurück. Zurück und zwar auf den Paragrafen 58 Sozialgesetzbuch Nr. 1. Und der Paragraf 58 Sozialgesetzbuch Nr. 1, der sagt, Soweit fällige Ansprüche auf Geldleistung nicht nach dem Paragrafen 56 und 57 einen Sonderrechtsnachfolger zustehen, werden sie nach den Vorschriften des bürgerlichen Gesetzbuch vererbt. Das heißt also im Umkehrschluss, wenn Hugo ein Testament gemacht hat und es gibt nach dem Paragrafen 56 und 57 keinen Sonderrechtsnachfolger, dann bekommt der testamentarisch Bedachte genau diese 40.000 Euro ausgezahlt. Das heißt also, das Gesetz sagt uns, wir müssen in die Sonderrechtsnachfolge mal reinschauen. Und jetzt gucken wir uns mal die Sonderrechtsnachfolge an. Und das ist ja eine ganz tolle Regelung. Da wird sich die Ehefrau von Hugo wahrscheinlich richtig doll erfreuen. Wir wissen ja, Hugo hat seine Frau enterbt, also die Wörter de facto nach seinem testamentarischen Willen die Kohle nicht bekommen. Aber in Paragrafen 56 SGB I ist die sogenannte Sonderrechtsnachfolge. Niedergeschrieben und die Sonderrechtsnachfolge sagt im Absatz 1, das heißt also, meine Damen und Herren, die Ehegattin bekommt, obwohl sie enterbt worden ist, das Geld von Hugo, also welches Hugo eigentlich zugestanden hätte, die 40.000 Euro, bezahlt. Und zwar nach Paragraf 56 Absatz 1 Ziffer 1 hier dem Ehegatten. Ja, meine Damen und Herren. Wenn in dem Haushalt des Hugos noch neben den Ehegatten seine Kinder gelebt hätten, dann kann man jetzt nicht sagen, dass Ehegatte und Kinder zu gleichen Teilen die 40.000 Euro bekommen, sondern im Gesetz steht nämlich drinne, hier dieses Wort, nacheinander. Das heißt also, wenn der Ehegatte da ist, werden die Kinder aus dem Geldrennen rausgeworfen. Das heißt, wenn Hugo mit seinen Kindern allein in dem Haushalt gelebt hätte und wäre zum Beispiel nicht verheiratet gewesen, dann hätten seine Kinder das Geld bekommen. Hier ist es aber so, dass Hugo seine Frau ja da war, wenn die Kinder mit gelebt hätten in dem Haushalt, bekommt trotzdem die Ehegattin von Hugo die 40.000 Euro ausgezahlt. Also Sie sehen, meine Damen und Herren, die Sonderrechtsnachfolge nach Paragraf 56 SGB 1 hebelt sozusagen die testamentarische Rechtsfolge nach den Vorschriften des bürgerlichen Gesetzbuches grundsätzlich erst einmal aus. Wir haben natürlich noch eine Spezialnorm, die sagt, dass möglicherweise der Sonderrechtsnachfolger auf die Sonderrechtsnachfolge verzichten kann gegenüber dem Leistungsträger. Das heißt also, wenn Hugo hier, also wenn die Ehefrau von Hugo hier verzichten würde auf die 40.000 Euro, müsste sie das schriftlich gegenüber dem Leistungsträger innerhalb einer Frist von sechs Wochen nach ihrer Kenntnis des Bestehens der Sonderrechtsnachfolge dann schriftlich anzeigen. Dann könnte hier eventuell die gesetzliche Erbfolge nach dem bürgerlichen Gesetzbuch zugunsten eines anderen Erben greifen, wenn es keinen anderen Sonderrechtsnachfolger in der Kette nach Hugos Ehefrau gibt. Aber im Grundsatz muss man sagen, Hugos Ehefrau hat Glück gehabt, trotz testamentarischer Enterbung. Sie bekommt trotzdem die 40.000 Euro ausgezahlt. So ist die Rechtslage nach dem Paragrafen 56, 57 und 58 Sozialgesetzbuch Nr. 1. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Ich wünsche Ihnen News